Ein Ford Tourneo steht hier zum Verkauf. Der graue Van ist fünftürig, bietet Platz für fünf Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Einparkhilfe, Bluetooth und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Auf 100 km liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 6,5 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 40.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Tagesberecht Kai. Bei crushedet Kau – Wage Gericht scoop. W-Gestuck Joe.